Verliebt bis in die Fingerspitzen von Sarah Morgan. Es liest Nicole Engeln. Von allen 18. Geburtstagen musste das hier der schlimmste sein. Fliss rannte durch den überwucherten Garten, der sich an drei Seiten um das Strandhaus zog. Sie spürte weder den scharfen Stich der Brennnesseln, noch die peitschenden Schläge der langen Grashalme gegen ihre nackten Baden, denn sie fühlte bereits zu viele andere Dinge, größere Dinge. Das alte, rostige Tor kratzte sie an der Hüfte, als sie sich hindurchzwängte und von Kummer getrieben über den grasbewachsenen Weg durch die Dünen zum Strand lief. Niemand konnte sie jetzt mehr einholen. Sie würde einen Ort fort von allen finden, fort von ihm. Und sie würde erst wieder nach Hause zurückkehren, wenn er gegangen war. Die Geburtstagstorte würde ungegessen bleiben, die Kerzen unangezündet, die Teller unberührt. Es würde kein Lied, keine Glückwünsche, keine Feier geben. Was gab es auch schon zu feiern? Flammen der Wut begannen, ihre Traurigkeit zu entzünden, und unter der Wut und der Traurigkeit wartete der Schmerz. Ein Schmerz, den sie sich bemühte, niemals zu zeigen. Lass einen Tyrannen niemals sehen, dass du Angst hast. Zeige nie deine Verletzlichkeit. Hatte ihr Bruder ihr nicht genau das beigebracht? Und ihr Vater, das hatte sie schon vor langer Zeit erkannt, war ein Tyrann. Wenn sie ihn in einem Wort beschreiben müsste, würde sie zornig sagen. Und sie hatte es nie verstanden. Fliss wurde auch ab und zu wütend, genau wie ihr Bruder, aber hierfür gab es immer einen konkreten Auslöser. Bei ihrem Vater gab es den nicht. Es war, als wachte er am Morgen auf, um sich darin zu baden. Worte halten im Rhythmus ihrer Schritte durch ihren Kopf. Ich hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn. Ihre Füße trafen auf Sand. Der Wind fegte durch ihre Haare. Sie nahm einen tiefen Atemzug und schmeckte Meer und Salz in der Luft. Während sie die Tränen zurückzuhalten versuchte, probierte sie den Klang der Stimme ihres Vaters durch die vertraute Musik der Möwen und der Wellen zu ersetzen. Es hätte ein perfekter Sommertag sein sollen, aber ihr Vater hatte diese Art, den Sonnenschein aus dem sonnigsten Tag zu ziehen, und heute bildete da keine Ausnahme. Nicht einmal an dem Tag, an dem sie 18 wurde. Er hatte immer gewusst, wie er dafür sorgen konnte, dass sie sich schlecht fühlte. Sie versuchte, ihre Gefühle abzuhängen, indem sie noch schneller lief, bis ihr Atem an ihrer Brust zerrte und ihr Herz hämmerte wie Fäuste auf einen Sandsack. Du machst nichts als Ärger. Du bist nutzlos, zu nichts gut, wertlos, dumm. Wenn sie so wertlos war, wie er glaubte, dann sollte sie vermutlich ins Meer rennen, aber er wäre erfreut, sie los zu sein, und sie sollte verdammt sein, wenn sie auch nur irgendetwas täte, das ihm gefiel. In letzter Zeit hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht, der schlechten Meinung, die er von ihr hatte, zu entsprechen. Nicht, weil sie Ärger machen wollte, sondern weil seine Regeln einfach keinen Sinn ergaben und es unmöglich war, ihn zufriedenzustellen. Das Gemeinste war, dass er nicht einmal hier sein sollte. Die Sommermonate waren ihre Oase, ihre Zeit ohne ihn. Zeit, die sie mit ihren Geschwistern verbrachte, mit ihrer Mutter und Großmutter, während ihr Vater in der Stadt blieb und seinen Zorn jeden Tag mit zur Arbeit nahm. Sie hatte im Laufe der Jahre gelernt, diese kostbaren Wochen zu lieben, in denen das Sonnenlicht durch die Dunkelheit brach und sie mit Sand an den Füßen und einem fröhlichen Lachen ins Haus zurückkehrte. Sie blieben lange auf und erwachten morgens leichter und glücklicher. An einigen Tagen nahmen sie ihr Frühstück mit an den Strand und aßen es direkt am Meer. Für den heutigen Morgen, für ihr Geburtstagsfrühstück, hatte sie sich einen Korb reifer Pfirschen, sicher ausgesucht. Sie hatte sich gerade den Saft vom Kinn gewischt, als sie das Knirschen der Reifen des Wagens ihres Vaters auf dem Kies vor dem Strandhaus hörte. Ihre Zwillingsschwester war erblasst. Ihr selbst war der Pfirsich aus den Fingern geglitten und auf dem Sand aufgeprallt, wo die samten Haut von einer rauen Sandschicht benetzt wurde. Wie das Leben, hatte Fliss gedacht und ihren Unmut zu verbergen versucht. Ihre Mutter hatte sich hektisch die Schuhe angezogen und sich bemüht, mit einer wie Espenlaub zitternden Hand ihr windzerzaustes Haar zu bändigen. Den Sommer über war sie eine andere Frau. Ein Außenseiter hätte vermutlich gedacht, diese Veränderung wäre dem entspannten Gang des Strandlebens zu verdanken. Aber Fliss wusste, es lag daran, dass ihr Vater nicht da war. Und jetzt war er hier und brach einfach in ihr friedvolles Strandidyll ein. Ihr Bruder hatte, ruhig wie immer, die Kontrolle übernommen. Vermutlich ist es nur eine Lieferung, hatte er gesagt, oder ein Nachbar. Doch alle hatten gewusst, dass es weder eine Lieferung noch ein Nachbar war. Ihr Vater fuhr so, wie er alles tat, zornig, wobei er den Motor aufheulen ließ, sodass kleine Steine aufstoben. Zornig war seine Visitenkarte. Fliss wusste, dass er es war und der süße Pfirsichgeschmack wurde in ihrem Mund bitter. Sie war es gewohnt, dass ihr Vater jeden Teil ihres Lebens ruinierte. Aber jetzt auch noch ihren Sommer? Der wolkenlose blaue Himmel schien sich mit einem Mal zuzuziehen und sie wusste, bis ihr Vater nicht wieder abgefahren war, würde sie ihre schlechte Laune wie eine Fußfessel mit sich herumschleppen. Sie war entschlossen, ihn so wenig wie möglich zu sehen, weshalb sie sich für den Strand anstelle ihres Zimmers entschieden hatte. Ihre Flipflops bremsten ihr Tempo, also wurde sie langsamer und zog sie aus. Mit beinahe geräuschlosen Schritten rannte sie weiter und der Sand fühlte sich unter ihren Fußsohlen kühl und glatt an. In der Ferne sah sie die weißen Kämme der Wellen, die sich an den Felsen brachen, hörte das Krachen und Zischen der Brandung, die sich an den Strand warf und wieder zurückzog. Irgendwo noch weiter in der Ferne rief jemand ihren Namen und sie beschleunigte ihre Schritte. Sie wollte niemanden sehen, nicht jetzt, wo sie labil und verletzlich war. Sie behielt ihre Gefühle immer für sich, doch im Moment fehlte ihr der Platz, um sie alle unterzubringen. Sie füllten den gesamten Raum um ihr Herz, ließen ihren Kopf schmerzen und ihre Augen brennen. Sie würde nicht weinen, sie weinte nie. Diese Befriedigung würde sie ihnen nicht geben. Wenn ihre Augen feucht waren, lag das am Wind. Fliss! Sie hörte erneut ihren Namen und wäre beinahe gestolpert, denn dieses Mal erkannte sie die Stimme. Seth Carlyle, der älteste Sohn von Matthew und Catherine Carlyle. Alter Geldadel, wohlhabend, erfolgreich, klug und anständig, stilvoll. In dieser Familie gab es keine Leichen im Keller, keine lauten Stimmen oder Kinder, die vor Angst zitterten. Sie hätte wetten können, dass Catherine Carlyle nicht an den Wänden entlang durchs Haus schlich, um ja nicht die Aufmerksamkeit ihres Ehemannes zu erregen. Und in einer Million Jahren könnte sie sich nicht vorstellen, dass Matthew Carlyle seine Stimme erhob. Im Haus der Carlyles waren Teller für das Servieren von Speisen da, nicht als Wurfgeschosse. Und sie war sicher, dass Seth nie etwas getan hatte, weshalb sein Vater sich für ihn schämen oder von ihm angewidert sein sollte. Er war ein echter Goldjunge. Er war außerdem der Freund ihres Bruders. Wenn er wüsste, dass sie traurig war, würde er es ihm erzählen, worauf Daniel sich wieder einmal zwischen sie und ihren Vater stellen würde. Sein Beschützerinstinkt hatte ihn schon häufiger, als sie es aufzählen konnte, in die Schusslinie gebracht. Es machte ihr nichts aus, wenn er das für ihre Zwillingsschwester tat. Denn wenn Harriet gestresst war, stotterte sie oft so sehr, dass sie nicht immer für sich sprechen konnte. Aber Fliss wollte nicht, dass er es für sie tat. Sie konnte ihre eigenen Schlachten schlagen. Und im Moment hatte sie den Drang, bis aufs Blut zu kämpfen. Sie ignorierte Seths Stimme und rannte weiter. Er würde ihr nicht folgen. Er würde zu dem Beachvolleyballspiel mit seinen Freunden zurückkehren oder vielleicht surfen oder schwimmen gehen. Er würde all die Dinge tun, die sie für heute auch vorgehabt hatte, bevor ihr Vater unerwartet über das Wochenende aufgetaucht war und alles kaputt gemacht hatte. Sie rannte, bis sie die Felsen erreichte. Ohne Pause kletterte sie über die spitzen Kanten, ignorierte das Stechen in ihrer Handfläche und landete auf dem weichen Sand auf der anderen Seite. Diesen Teil der Hamptons besuchte sie seit ihrer Geburt, denn die Sommer, die sie hier mit ihrer Zwillingsschwester und ihrem Bruder bei ihrer Großmutter verbrachte, bedeuteten ihr die einzigen glücklichen Erinnerungen ihrer Kindheit. Fliss? Wieder war es Seth. Dieses Mal klang seine Stimme tiefer, leiser, näher. Verdammt! Lass mich in Ruhe, Seth! Doch das tat er nicht, sondern er sprang behende und sportlich von den Felsen. Seine Schultern verdeckten die Sonne, er trug nur seine Surfer-Shorts. Auf seiner nackten Brust glitzerten Wassertropfen. Er war im Schwimmteam seines Colleges und die letzten vier Sommer als Rettungsschwimmer am Strand hatten ihm Muskeln an den richtigen Stellen beschert. Alle auf der Insel wussten von dem Vorfall, bei dem Seth Carlyle sein eigenes Leben riskiert hatte, um zwei Kinder zu retten, die alle Warnungen ignoriert hatten und mit ihrem Schlauchboot aufs Meer hinaus gerudert waren. So ein Junge war Seth. Er tat immer das Richtige. Sie hingegen tat immer das Falsche. Den ganzen Sommer über hatte Fliss gehört, wie die anderen Mädchen von Seth schwärmten und es war nicht schwer zu verstehen, was sie in ihm sahen. Er war klug und hatte einen wunderbaren Humor. Er war selbstbewusst, ohne arrogant zu sein. Und er war sexy, unglaublich sexy mit einem schlanken, kraftvollen Körper und einer Haut, die sich beim ersten Kontakt mit den Sonnenstrahlen golden färbte. Seine Augen und Haare waren pechschwarz, das Erbe der großväterlichen Seite der Familie, die aus Italien stande. Er war genauso alt wie ihr Bruder, womit er zu alt für sie war. Ihr Vater würde wegen des fünfjährigen Altersunterschieds ausflippen. Mädchen in deinem Alter sollten mit Jungs ausgehen, nicht mit Männern. Während sie beobachtete, wie Seth auf sie zuschlenderte, spürte sie, dass ihre Muskeln sich verkrampften. Ganz eindeutig hatte ihre Libido die Situation nicht verstanden. Oder aber sexuelle Anziehung kannte keine Altersunterschiede. Vielleicht wollte sie ihn aber auch eben, weil sie wusste, dass ihr Vater ausrasten würde. Er baute sich vor ihr auf. Was ist los? Woher wusste er, dass etwas los war? Sie hatte jahrelange Übung darin, ihre Gefühle zu verbergen, aber Seth schien immer durch ihre Schutzschichten hindurchschauen zu können, die alle anderen von der Wahrheit ablenkten. Sie hatte Harriet gegenüber gewitzelt, dass er wie ein Röntgenapparat oder ein Computertomograph sei, aber in Wahrheit war er einfach nur beängstigend feinfühlig. Oder vielleicht sollte sie lieber sagen, er war feinfühlig und sie verängstigt. Wenn sie wollen würde, dass die Leute wussten, wie schlecht sie sich meistens fühlte, würde sie es ihnen sagen. Nichts ist los. Sie erwähnte den Streit mit ihrem Vater nicht, denn sie sprach mit niemandem je über ihn. Sie wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren. Sie wollte kein Mitleid und sie wollte vor allem nicht, dass irgendjemand mitbekam, wie schlecht es ihr nach einem Streit mit ihrem Vater jedes Mal ging. Nicht nur, weil sie gelernt hatte, ihre Gefühle zu verbergen, sondern weil ein Teil von ihr fürchtete, wenn sie die Worte laut ausspreche, könnten sie wahr werden. Sie wollte dem nagenden Gefühl, ihr Vater könnte recht haben und sie tatsächlich wertlos und nutzlos sein, wie er behauptete, keine Stimme verleihen. Aber Seth ließ sich nicht einfach so ablenken. Bist du sicher? Denn du siehst nicht aus wie eine Frau, die ihren 18. Geburtstag feiert. Eine Frau. Er hatte sie eine Frau genannt. Das machte sie ganz kribbelig. Hier und jetzt spürte sie, wie der Altersunterschied verschwand. Gelassenheit und Stärke ersetzten Zweifel und Unsicherheit. Ich wollte einfach ein wenig Zeit für mich. An deinem Geburtstag? Das klingt nicht richtig. Niemand sollte seinen Geburtstag allein verbringen. Vor allem nicht den 18. Sie kannte Seth seit Jahren, aber in diesem Sommer waren sie einander näher gekommen. Anders als ihr Vater, schienen ihre Eskapaden Seth nicht aufzuregen. Als sie eines Nachts nackt im Meer baden gegangen war, hatte ihre Zwillingsschwester Harriet sie angefläht, es nicht zu tun. Aber Seth hatte nur gelacht. Er hatte nicht mitgemacht, aber er hatte an den Felsen gewartet, bis sie sicher wieder an Land gewesen war. Denn Seth Carlyle tut immer das Richtige. Er hatte ihr keine Vorhaltungen gemacht oder sie verurteilt, sondern ihr nur ein Handtuch gereicht und dann war er auf den Sand gesprungen, als wäre sein Job erledigt. Er hatte sie nicht berührt und sie hatte sich eine Million Mal gewünscht, er hätte es getan, auch wenn sie wusste, dass er nur auf sie aufpasste, weil er mit Daniel befreundet und ein verantwortungsvoller Mensch war. In diesem Moment wünschte sie es sich wieder, was nur bewies, dass sie alles andere als verantwortungsvoll war. Um sicher zu gehen, dass sie sich nicht der Versuchung ergab und sich ihm an den Hals warf, schlang sie die Arme um.